Mein Name ist Daniel May, ich bin 31 Jahre alt, arbeite seit 2009 bei der AWB, zuerst als Mülllader und seit 2012 bin ich auf der Müllumladestation im Mavic. Ich verwiege die Autos, ich presse den Müll weg, den die Autos abkippen, verlade den Müll mit dem Kran auf die Gleise, auf die Schiene und dann wird das zur Verbrennung gefahren. Also wenn die Elektrik kaputt ist oder ein Nährungsschalter ist, einfach kaputt gegangen, macht es Spaß den Fehler zu suchen und zu reparieren. Die AWB ist ein riesen Vorteil für die Stadt, weil die alles vereinfacht für die Bürger, weil alles aus einer Hand erledigt wird. Man muss nur eine Nummer anrufen und dann wird es erledigt. Also bei der AWB ist eigentlich jeder Tag schön. Ein sehr familienfreundliches Unternehmen, immer abwechslungsreich und immer wieder schön die Leute zu sehen.